Moooooooon Leute, Willkommen zu einer neuen Bestes Frage mit mir, dem Kenny One, mir geht's soweit wieder gut Ja, wir spielen heute mit einem neuen Freund, man hört ihn nicht Er, ich nenne ihn, Tschüssi Und ja, wir spielen die F1 Challenge Ok, let's go Ok, Buster Wir sind in der Runde drin Wir werden so lange spielen, bis wir eine Runde gewinnen Ich habe ein Tech-Farback von Buster Gert drinnen Nicht, dass es hier zu urheberrechtlichen Problemen kommt So Ja? Was? Ja, der hat mich geschupft Und noch einmal an derselben Scheißstelle Wala Habibi Warte, jetzt geht's Wie viele Hertz habe ich, das würde mich interessieren Oh, ich lebe noch Ich lebe noch Einer down. Die sind nicht gut im BVP. Drei Kills. Die Tür, Alter. Blau ist in der Mitte. Tschüssi. Was machst du hier? Unkleiner sagt. Unkleiner sagt. Unkleiner sagt. Okay, es ist gedroppt. Holy asshole. Holy ass. Nix nix. Tschüssi. Du machst dich nicht sehr beliebt, wenn du überall die Compact Towers hast. Beep! wie es so heißt ich habe den anschluss ich habe der anschluss den anschluss zu meiner gruppe verloren Aaaaaah! Block safe! Haaaaaah! Okay, wo er mehr? Eisen so leute was ist ja im f1 fast bücher ja das ist schuss weiß man zuvor ja ich grüße ich grüße immer mal zu für das komplett egal dass sie cool wer ist und es runter ist runter die es unter ist beide ich habe ich kein bock mit und zu spielen aber es ist halt die challenge bei letzten auch mal die nicht funktioniert hat haben wir das direkt schafft und zweimal die aufnahme geht nicht aber passt diesmal mit der rechten geschlagen mit der linken ich habe nichts gesagt die freiheit schon extrem krass aus 232 ja nein ich blieb nur ich ich wir haben ganz beschlossen wie wir gewartet haben das unsere letzte runde sein wird weil wir wollen ja auch noch so zum spiel kommen haben wir das bett haben wir das bett die runde können wir gewinnen die runde gewinnen wir ich war gerade so oft werden aber fokussiert dass ich nichts mitbekommen habe jetzt einer taum okay was mann ich bin nur auf den einen gang das war eine schlechte idee das wieder war auf jeden fall ist eine längere aufnahme das kann ich hier schon sagen weil wir sind gerade bei 16 minuten ja bei 16 minuten ich habe vergessen was ich sagen wollte ok was hat mich genug geäußert ja ja ich habe gerade meine steckdose wieder mal kaputt gemacht und meine spitze auch youtuber sein ist teuer so viel ist klar ja von blau leben nummer zwei ja ich sehe jetzt kommen wir die üblichen kirchenglocken wir kennen sie von aus vorherigen videos kann er jemand einfach mal zuvor ein compilation von meinen kirchenglocken machen wir sind gegner scheißegal wir sind zu zweit und tschau tschau